jo was geht leute hejo leute willkommen zu einem weiteren video heute mal nicht auf motorrad ist nämlich heute etwas ganz besonderes angekommen und zwar mein laptop den ich mir bestellt habe beim mediamarkt mit hier sieht man lässt sich erahnen dass von mediamarkt ist ja dann mach ich mal auf die scheiße gekostet hat er jetzt 1500 tacken also ziemlich viel geld ziemlich viel geld aber der wird es tun der wird tun was schneiden angeht so ein bisschen tricky mit einer hand zu filmen hier muss gleich mal gucken und hier ist nichts wo meine adresse drauf steht vorne drauf habe ich erst mal direkt schon wo alles durchgestrichen mit der link gut gepackt muss man sagen ja gut hier ist hier ist ein zettel hinter hier werde ich mal verschwinden lassen gefällt mir doch dann schneide ich mal rein wenn es offen ist eine hand ist alles ein bisschen schwierig sieht schon geil aus sieht schon geil aus hier laptop koffer gleich mit inklusive steht hier alles drauf für leute die es interessiert gehe ich hier einmal lang könnt ihr pausieren ach das reicht uns noch mal scheiß und durch mit einer hand ist das auspacken der moment der wahrheit ok sieht man noch nicht schutzfolie kleines schönes läppi ding ich sehe schon ein video wird es geben ich lasse das ding gleich fallen mit einer hand in so einer schönen hallo wie geht es dir ich schneide mal raus dass ich das hier auspacken das kriege ich mit einer hand nicht so gut hin so sieht doch bestimmt schon besser aus ich habe jetzt die belichtung des todes natürlich beim öffnen ich hätte lichter machen können sorry steht hier für technische daten die grafikkarte die gtx 1060 ja ich habe keine ahnung von ganzen zeug intel koi 7 drin muss ne der fühlt sich so geil an der fühlt sich geil an ist schon ist schon sick hier ups aussersehen auf den ausknopf gekommen von der gopro das teil ist ultra geil ultra geil alter ich habe ne idee wie ich das hinbekomme zack und offen muss ich meinen fuß zur hilfe nehmen muss ich gerade gucken ich hoffe der hat schon ein bisschen akku die sind ja eigentlich immer ein bisschen vorgeladen okay nein nein der ist komplett tot ich muss ja wenn man strom anschließen bis gleich so strom ist dran jetzt müsste es eigentlich ja mal gucken ja jetzt muss ich ja mal die ganzen einstellungen da machen weil der muss ja eingerichtet werden dies das schätze ich jetzt mal dass er mir das gleich vorgaukeln wird dass ich hier alles einstellen muss ja das nehme ich euch mal vorab dass das tue ich euch jetzt hier nicht ahmeh leute so lässt sich leben ich habe jetzt hier gerade das ganze ding an da sieht man macht updates und so ne das dauert ein bisschen verständlich da stand irgendwas von sechs gigabyte lädt er runter und hat ja schon runtergeladen und so ja lass ich gebe ich ihm mal noch ein bisschen zeit jetzt ist mein alter rechner daran desktop komplett voll wie man sieht ich bin da gerade alles am rüberziehen und so ja ein bisschen arbeit so Leute die ganzen updates und so sind jetzt alle gemacht moment der wahrheit ich habe hier mal den laptop ausgemacht und jetzt gucken wir mal wie schnell fährt er denn überhaupt hoch so an und da bin ich mal gespannt ich hatte noch nie ein laptop mit einer ssd deswegen ich habe keine ahnung wie schnell sowas dann hochfährt es wäre schon geil wenn es jetzt unter einer minute ist oder so wäre ich voll zufrieden das kenne ich überhaupt nicht mein alter pc fünf minuten da war der immer noch nicht hochgefahren ja später immer später erinnern das sind schon alle programme warte mal wenn ich jetzt hier LOL WAS der ist einfach mal schon jetzt startklar oder was gehe ich mal google google hallo ich bin cortana ok schön für dich cortana wie schnell fährt dieser scheiß laptop bitte hoch das ist ja nicht normal heilige kacke der ssd ist das was alle leute wollen Junge Junge alter also ich habe jetzt noch nichts damit geschnitten oder so ich muss mir jetzt erstmal erstmal schneideprogramme und alles rüber ziehen und so da werde ich wahrscheinlich jetzt nichts ins video packen oder so irgendwie in die richtung ich schneide das video dann übrigens auch hier mit diesem schönen laptop bin ich mal gespannt wie lange der rendert und so ich packe euch einen link packe ich euch unten in die video beschreibung da könnt ihr euch packe ich einen link von dem laptop da rein für die die es interessiert was der so für technische daten und so hat könnt ihr euch gönnen also ich hoffe ich euch hat mal das so ein etwas anderes video gefallen ist ja jetzt sag ich mal was was eigentlich nicht so auf meinen kanal gehört aber ich habe mir gedacht ach ich freue mich so dann teile ich das mal mit euch also leute haut da rein wünsche euch noch einen schönen tag und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal